Moin Bevor das Video losgeht, melde ich mich eben einmal aus dem Studio Meine Kamera ist kompletter Müllhaufen, die ich benutze für YouTube momentan Ich habe hier eine neue Dafür fehlt mir aber nur noch Der Stab für das Stativ Wegen dieser Kamera sind meine Augen In der ganzen Aufnahme von diesem Patchnote Video komplett cringe Die werden so ganz eklig rausgerendert Achte da bitte einfach nicht drauf, das wird sich bald ändern Wir haben hier bald richtig geile Qualität am Start Leider ist das Ding ausverkauft und es braucht noch zwei Wochen oder so Bis das geliefert werden kann, ich dreh komplett am Rad Es tut mir leid, versuch das auszublenden Video ab Endlich ist es mal wieder soweit, Neuigkeiten in BDO, Leute Die Patchnotes zum 15.07. sind jetzt schon draußen Deswegen wird auch wahrscheinlich das Video früher kommen als erwartet Aber ich meine, ihr guckt das Video ja schon gerade Also ist ja auch egal Ich fasse euch heute einmal die Patchnotes zusammen Wir gehen ganz einfach von oben nach unten wieder durch Timestamps findet ihr wie immer in der Videobeschreibung Leute, wenn euch das am Ende gefallen hat Wenn ich euch damit so ein bisschen geholfen habe, lasst mir gerne ein Like da Abonniert meinen Kanal, würde mich super freuen Und ganz große Grüße gehen natürlich an meine beiden Sponsoren hier Danke für die große Mitgliedschaft auf YouTube Sorcel und Crazy Dizzy Vielen Dank für den Support Wir springen direkt rein Grüße Abenteurer Die großen Teaser für diesen Patch sind endlich PvP auf Season Server Die Season Server bekommen einen Asha Server Und es scheint noch einen neuen PvP-Effekt im roten Schlachtfeld zu geben Da bin ich auch mal sehr gespannt Und so ein bisschen neue Frisuren und sowas Keine Ahnung, wen interessieren denn jetzt neue Frisuren? Interessieren euch neue Frisuren? Könnt ihr mir das mal eben sagen? Warum ist das in den Teasern? Damit sind bestimmt die weiblichen Personen, die meine Videos gucken werden Bestimmt darunter schreiben Oh ja, voll geil, endlich neue Frisuren, oder? Oder ihr trollt mich jetzt natürlich in den Kommentaren Und jeder Mann schreibt natürlich auch Ja, hä, wieso ist doch voll geil, Frisuren Wie dem auch sei Wir springen rein und zwar erst ins Event und System Was wir da alles Neues haben Gucken wir uns das mal an Wait a second Es gibt keine neuen Events? Leute, Black Desert hat keine neuen Events eingeführt? Oder bin ich gerade zu blöd? Meine Gebete Sie wurden erhört Vielen lieben Dank Die weiterhin laufenden Events, Leute Ist die verbesserte Version des Abenteuer des Schwarzgeistes Abenteuer des Schwarzgeistes hier Wir kennen das auf jeden Fall Das Würfeln im BDO solltet ihr unbedingt machen Die Belohnungen sind eigentlich ganz cool, um ehrlich zu sein Erhöhte Beuterate aufs Schwarzsteine Gibt es auch immer noch weiterhin bis zum 22. Juli Aufheizen und Abkühlen ist auch immer noch aktiv Die Einführung der Season-Server ist ebenfalls noch aktiv Auch bis zum 29. Juli Und auch tatsächlich der Extra-Spawn von Well Also heute Heute ist Mittwoch Falls ihr das Video am anderen Tag guckt Ist weiterhin aktiv Bis auf weiteres Also ist noch kein Ende in Sicht hier scheinbar Beendete Events Haben wir Tapus Goldene Reise Das Frühlingsfest Die besonderen Anwesenheitsbelohnungen sind vorbei Auf jeden Fall Das zweite Event vom Aufheizen, Abkühlen Nämlich das Abkühlen ist vorbei So wie auch die Events Das dritte Event von der Einführung der Season-Server Holt euch die verädelten magischen Schwarzsteine Ist auch vorbei Und die Aktion Werbt ein Freund ist zurück Ist ebenfalls vorbei Die merken wahrscheinlich Scheiße, Sommerloch ist da Bringt gerade gar nichts Es kommen gar keine neuen Spieler rein Deswegen nehmen wir die Kacke meinem raus Naja, wie dem auch sei Schauen wir mal So Erste Das war's auch schon zu den Events Das war also kein Wir müssen hier keine Event-Page durchgehen Nix Ich bin Also ich find's gut Ich weiß nicht, wie's bei euch aussieht Aber ich find's tatsächlich gut So Gucken wir mal, was hier jetzt hinzugekommen ist Im Spielinhalt Ja, scheinbar ist neue Ausrüstung hinzugekommen Nämlich die sogenannte Naru-Ausrüstung Die wurde hinzugefügt für die Serendia und Kalfion Hauptquest Die ist gerade bestimmt für neuere Abenteuer Für neuere Abenteuer im Black Desert Online Und soll noch einfacher zu enhancen sein als die Tuvala-Ausrüstung Und man braucht auch noch weniger Kronsteine Scheinbar kann man auch auf Season-Server Für die Season-Charaktere kann man Prä-Rüstung gegen Pen-Naru-Rüstung austauschen Wie sich das jetzt in den Stats verhält, müssen wir allerdings mal nachprüfen Inwiefern die denn auch besser sind Für den Versuch von Ted auf Pen braucht man sogar nur drei Kronsteine So wie das hier zum Beispiel drinsteht Ist halt scheinbar sehr, sehr einfach Und Tuvala-Ausrüstungsstufe Pri Kann man eintauschen, wie gesagt Gegen Pen-Naru Das soll gerade den Anfängern helfen Scheinbar weiterzukommen Die Naru-Schmuckteile O-Ring, Kette, Gürtel und Ring Können nur bis Tri verstärkt werden Ich bin auf jeden Fall gespannt Vielleicht wisst ihr da ja tatsächlich schon mehr Ebenfalls wurde hier hinzugefügt Eine Mon Eine Tuvala-Erweckungswaffe auf Mon Wenn man die entsprechend Die Erweckungs-Begabungs- Beziehungsweise Aufstieg-Quests gemacht hat Die wurde hinzugefügt Was haben wir hier noch? Die folgenden Gegenstände können über das Verarbeitungsmenü L erhitzt werden Um Schwarzsteine für Anfänger zu erhalten Achso, diese Schwarzsteine für Anfänger Damit enhance man natürlich das Neue Die neue Ausrüstung Die Naru-Ausrüstung Und da können hier scheinbar Drei Schwarzsteine Waffe gegen Ein Schwarzstein für Anfänger Drei Rüstung für einen Jeweils wieder Oder 30 Und ein Schwarzstein Pulver Achso, die Ja Der Batch-Vorgang sozusagen Kann man auch 30 reinlegen In Kombination mit einem Schwarzstein Pulver Und stellt gleich 10 her Ja, es wurden drei neue Frisuren für weibliche Charaktere hinzugefügt Wir hoffen mal, dass uns das gefällt Ich scroll hier einfach mal so langsam durch Dann kann man vielleicht mal so ein bisschen was sehen Ihr könnt so die ersten Eindrücke hier bekommen Was so hinzugefügt wurde Kann ich nicht zählen oder können die nicht zählen? Drei neue Frisuren für weibliche Klassen Gut, ich bin jetzt auch nicht so in den Frisuren drin, um ehrlich zu sein Um abzuschätzen zu können, ob welche jetzt hier von neu ist oder nicht Aber ich sehe hier auf jeden Fall tatsächlich viele neue Frisuren Wobei Achso, das ist für alle Klassen einmal immer dieser Frisuren-Typ Achso, ja, jetzt hat es bei mir auch Klick gemacht Ja, vielleicht gefällt es euch ja Vielleicht guckt ihr euch das nochmal genauer an Ihr habt jetzt mal hier so einen kurzen Eindruck davon bekommen Schauen wir mal weiter hier Ein neuer Effekt fürs rote Schlagfeld Für all die, dessen Leben unter 50% fällt Die bekommen den Segen der Tapferkeit Der macht 10% Schadensreduktion Und je weiter das fällt, desto höher wird die Schadensreduktion Hier ist so eine kleine Tabelle, ne? Wenn man nur noch 30% hat, hat man 30% Schadensreduktion Wenn man nur noch 20% Leben hat, hat man 40% Schadensreduktion Bis zu 50% Das soll vielleicht ein wenig gegen die One-Shot-Meter wirken Aber wo? Leute, viel wichtiger ist doch Anstatt gegen diese One-Shot-Meter zu wirken Es ist doch viel wichtiger PvP erstmal ein wenig belohnender zu machen Ich mach doch kein rotes Schlagfeld Weil mir das doch nichts bringt Ich will Belohnungen dafür haben Wie geht's euch? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare Warum macht ihr kein rotes Schlagfeld? Weil das eine One-Shot-Meter ist Oder weil ihr da auch nichts von habt? Gebt mir doch mal Belohnungen dafür Fürs nächste Mal Kakao und Pearl Abyss Merkt euch das Ja Okay Pass auf Der Season-Server 5 Wurde auf einen speziellen Asha-Server Für Charaktere der Season übertragen Übertragen Es gibt keinen neuen Season-Server Nein, wir haben die Season-Server Nochmal reduziert Die sowieso schon übergrindet Überlastet sind Und haben davon jetzt Ein PvP-Server gemacht Nice Weiter so Anstatt einfach mal Neuen Server hinzustellen Oder mal neue Fünf-Server hinzustellen Haben sie jetzt Einen Server abgezogen Und den zum Asha-Server Sorry, dass ich gerade so Toxisch bin Ein wenig Aber ganz ehrlich Liegt das an mir gerade Oder ist das einfach fail? Also Season-Server macht doch schon Keinen Spaß Weil das komplett Überfarmt ist Alles Mach doch mal Fünf Asha-Server Und mach doch mal Fünf normale Server Das kann doch jetzt nicht So viel kosten, oder? Also um ehrlich zu sein Gut Funktioniert wie jeder andere Wie der andere Asha-Server auch Beuterade 50% Es gibt zusätzlich die Kampf-Talent-EP Buffs auch auf diesen Server Da gibt es auch Keine Bestrafung für PvP Also Karma wird nicht abgezogen Allerdings Bestrafung gibt es natürlich Für Charaktere mit Minus-Karma Was eigentlich auf Season Gar nicht passieren kann Weil du auf den normalen Season-Server Ja gar keine Leute decken kannst Aber du kann Ach Du kannst deinen Season-Charakter Auch auf normalen Zum Beispiel Vergessen Entschuldigung Entschuldigung Äh ja Genau Erscheinen auch keine Welt Und Feldboss Ist klar Es wurde ein neuer Gegenstand Hinzugefügt Die Ugg-Pille Ugg? Ugg-Pille Die kann Bekommen werden Indem man grindet Und zwar indem man grindet In Valencia Kamasylvia Und Dregon So Und diese Ugg-Pille Lässt sich eintauschen Gegen Bündel Von Zeiterfüllten Schwarzstein Tuvala Erz Und die veredelten Magischen Schwarzsteine Ähm Kann einfach eingetauscht werden Scheinbar Finde ich ne feine Sache Die Anzahl Der Zeitgefüllten Schwarzsteine Wurde ebenfalls Reduziert Von Plus 15 Bis Pen Was man dafür braucht Das wurde hier Ziemlich stark Sogar reduziert Mondi Tri 16 16 17 17 18 Jetzt alles nur noch 10 Tattoo Wala brauchen wir nur noch 15 Und Pen brauchen wir auch nur noch 15 Statt 20 Finde ich okay Macht das bisschen einfacher Ist natürlich Abfuck für alle die Leute Die das jetzt schon alles auf Fullpen haben Sorry Die Mindestanforderung für einige Lexikas wurden hier angepasst Oder Tagebücher Diese Abenteuer Tagebücher Äh Die 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 Ab Stufe 57 Und so könnt ihr euch mal angucken Teamschlacht Stufe 60 Dore Morims Geheimes Tagebuch 59 Und so ist jetzt glaube ich jetzt nicht so wichtig Irgendwie die meisten haben es ja eh schon fertig Und es sind auch sehr spezifische Sachen tatsächlich Ja Dann gab es hier noch so ein paar Klassenänderungen Wieder mal nur Fehlerbehebungen hier Außer bei der Guardia Da wurde jetzt der Groll des Schwarzgeistes hinzugefügt Für den Skill Feuerzunge und Götterdämmerung Und Leutern des Feuer Hier scheinbar gab es irgendwie Probleme beim Eintauschen ihrer Bei Eintauschen der Münzen der goldenen Truppe von diesen Tapu Dingern Ähm Und bei Igor Batali in Velia lässt sich jetzt nun jede Münzenart der goldenen Truppe Gegen bestimmte Gegenstände eintauschen Ähm Nur dass jeder mal davon gehört hat Ist jetzt auf jeden Fall hinzugefügt worden Ja es wurden hier einige Berechtigungen auch noch geändert für die Gilde Für dieses Gildenlager Äh Jetzt können auch Gildenoffiziere oder höher Äh folgende Gegenstände abholen Die ganzen driftenden Jägerkram und so Das können sie verkaufen Aber man konnte die das nicht vorher auch schon Und auch Gildenmitglieder oder höher können halt ähm Die Gegenstände halt hinterlegen Ich mein das konnten die schon immer Wisst ihr jetzt nicht was hier dran neu ist Oder konnte nur der Gildenmeister die Dinger rausholen Naja Es gibt neue Quests die automatisch Diese Monsterzonen Quests sind hinzugekommen Für Halbmondschrein, Kadri, Gahas, Banditen und Tempel der Wüstennager Äh jeweils wenn man Level 56 oder 57 ist Die wird automatisch angenommen Sobald man äh das Gebiet betritt und wenn man die dann abgeschlossen hat Gibt's einfach zusätzlich EP Scheinbar gibt es für die Valencia Quest Reihe Geschichte des östlichen Sandkönigsreichs und Valencia 2 der Schatz des Valencias Jetzt eine wesentlich höhere Kampf-EP-Belohnung I don't know Müsste man sich einfach mal angucken Ist auf jeden Fall was verändert worden Ja hier wurden noch einige Kampf-EP-Belohnungen von der Kalfion Hauptquest erhöht Hexenjagdritual Leute Hier sind so viele Queständerungen tatsächlich Und ich stecke da überhaupt nicht so drin in den Quest Wer von euch steckt so krass in den Quest Dass euch das interessieren würde Wenn ich jetzt sage Der Reitsportverband des Steinschweifferdehofs Hat im Gedenken an wer bla 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 Siegerin großen Preis des Altmonds In jungen Alter verstarb Ein Grabmal errichtet Die Quest Die jetzt dort angenommen werden kann Wurde hinzugefügt Ein Wissenseintrag Also muss ich sowas alles vorlesen Es gibt hier einige Quest-Belohnungen Ich überfliege das hier gerade so Aber ich persönlich zumindest Halte das für nicht so wichtig Um das hier wirklich jetzt gerade vorzulesen Ja dann sind hier noch einige Nutzeroberfläche Fehler wurde behoben Fehler wurde behoben Die ungünstige Textausrichtung In dem Menü und so Wir kennen das Tausend Bugfixes Bekannte Probleme Fehler behoben Fehler behoben Alles fehler behoben Hier brauchen wir denke ich Nicht großartig drüber sprechen Also wenn wir mal grob zusammenfassen Haben wir ein paar Sachen Asha Season Server Haben sie uns einen normalen Season Server Für weggenommen Einen neuen Buff im Red Battlefield Der so ein bisschen vielleicht Gegen die One-Shot-Meter wirkt Gibt es jetzt Belohnungen wurden leider nicht angepasst Was haben wir noch Als große paar neue Frisuren Ich denke das war es auch schon Das hat der Teaser ganz gut zusammengefasst Der Rest ist halt so Kleinkram Quests, Wissen, bla 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 Keine neuen Events hinzugekommen Ich würde sagen wir springen direkt In den Perlenladen-Update Und gucken wir mal was diese Woche So leckeres im Angebot gibt Ein Sommer voller Angebote Ei, 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 ei Was ist denn hier los? Kategorie? Kategorien Angebote Nur bis zur Wartung 29. Juli Viel Spaß mit bis zu 50% Rabatt Auf ausgewählte Gegenstände Der unten stehenden Kategorien Also 20% gibt es auf die Kategorien Inventar, Traglast, Begleiter, Reittiere Und Transportmittel 20% Rabatt, Leute Innenausrichtung Und die Schmuckteile Wie Brille, Ohrringe und so weiter Haben wir gerade für unsere Roleplayer Für unsere Housing Contest, Leute Ist das auch hier 50% Rabatt Ich dreh komplett am Rad Lecker, lecker Es gibt eine Event-Outfit-Kiste Premium-Set Also das Bild hab ich ja noch nie gesehen Die haben ja komplett neu gemacht Hier so ein schickes Bild mit dabei Beigemacht Aber man kann die Schrift so ein bisschen Schlecht lesen, finde ich persönlich Outfit-Fit-Kiste Premium-Set 2 plus 2 Paket Das heißt 50% Rabatt Alter Falter Für alle Whales Hier gerade im Video 50 Kauf zwei Sets Bekommt vier Das gibt lecker Cronstones auf jeden Fall Schaut unbedingt mal rein In die Outfit-Kisten Und dann das gleiche auch noch mal Für die Shai Weil die Shai kann scheinbar Die normalen Outfit-Sets Nicht öffnen Deswegen gibt's das gleiche Hier auch noch mal Für die Shai Dann haben wir hier Ein Mystique-Outfit Ein neues Sieht sehr schick aus Muss ich sagen Hier auf dem Bild Finde ich gut Luvina Weiß gar nicht Ob das jetzt neu ist Hier steht zumindest neu dran Ich bin auch in der Outfit-Szene Bin ich nicht so krass drin Ich finde aber Das sieht ganz schick aus Kann man sich angucken Standard Setpreis 2200 Perlen denke ich Ist auf jeden Fall mit am Start Dann gibt's hier ein neues Paket König der Kämpfer Da gibt's einmal ein Outfit-Set Luviana Das was neu ist Dann gibt's noch ein Set-Klassiker Oben drauf Und dann darf man sich noch Ein Premium-Set aus diesen drei auswählen Als Bonus gibt's wieder Dieses Ein-Tage-Altmond-Buch Finde ich totaler Quatsch Muss ich jedes Mal wieder drüber lachen Also hier ist 25% Rabatt Einfach auf drei Kostüme Denke ich brauche ich nicht Ist einfach Schmuck Braucht man nicht Ist einfach nur Schmuck halt Also Dass der Charakter schöner aussieht Da haben wir auch noch Ein Komplett-Paket Luviana Bis zum 29. Juli übrigens 30% Rabatt auf Wir haben das Outfit-Set Luviana Vorteils-Paket 30 Tage Kostet glaube ich eigentlich 14.500 Perls 30 Tage Vorteils-Paket Braucht man immer Ich kann ohne nicht mehr spielen Muss ich ganz ehrlich sagen Dann kann man sich noch 15 Tage Altmond Oder Karma-Sylv aussuchen Finde ich auch gut Ich brauche beides Leider Man muss sich eins auswählen Bekommt nochmal 6 Schriftrolle-Beute Oben drauf Und gesegnete Schriftrolle Ich sag mal so Wenn man sich schon Und immer mal Für seine mystiken Set Kaufen wollte Dann könnte man Über dieses Paket Tatsächlich nachdenken Wenn man sich für dieses Neue Set interessiert Weil Ich mein Vorteils-Paket Und geheimes Altmond-Buch Oder Karma-Sylv Ist halt nicht verkehrt Auf jeden Fall So Dann haben wir hier Angebote Das ist scheinbar Kein neues Set Sondern einfach nur Ein Angebot Luan-Wulf Vom Archer Ist hier im Angebot 20% Rabatt Ist einfach Style Brauchen wir nicht drüber reden Traum eines mystischen Pferdes Ist im Angebot Für 30% Rabatt Gibt es hier 11 Anpassungen Reittiertalent Man braucht die Und ich glaube Man braucht auch Mehr als 11 Reittiertalente Für einen Traum Von einem mystischen Pferd Tatsächlich 500 Kornsteine Damit kann man 5 mal Einen Versuch starten Sollte man auch Unbedingt nutzen Und dann kann man Noch Sich 20 Items Jeweils für die Erweckung Des Pferdes Aussuchen Entweder Die Frucht Genaros Oder mystische Blaue Muschel Und so Das ist halt Für jedes Pferdetyp Ist es halt Wieder bestimmt Die Feuerblume Die Feuerblume Ist glaube ich Für das Doom Die Frucht Von Genaros Ist glaube ich Für das Kann man aber Nochmal nachgucken Googelt da Lieber nochmal nach Ist glaube ich Für das Pegasus Und die blaue Muschel Ist meine ich Für das Dein Für das Einhorn Googelt das aber Lieber nochmal nach Verlasst euch da nicht drauf Ich bin mir gerade Unsicher tatsächlich Und dann gibt es nochmal So ein bisschen Bonus oben drauf Ist okay Weiß nicht Persönlich Persönlich würde ich Niemals nochmal Versuchen Selber mir ein Traumpferd Zu machen T9 Pferd Ich würde es immer kaufen Weil es einfach Wirklich sehr Hart ins Echtgeld Auch gehen kann Äh genau Doppelter Pinguin Pinguine sind gut Glaube ich Fürs AFK Angeln Wer so viel AFK Angelt und sich hier So einen Doppelpinguin Sichern sollte Der kann jetzt 25% Rabatt Drauf bekommen Ich weiß gerade auch Gar nicht Ob die nur Eventmäßig Die Pinguine An sich Zur Verfügung stehen Ich meine Die stehen tatsächlich Nur In Eventzeiten Zur Verfügung Deswegen sind sie auch Limitiert Haben auf jeden Fall Buffs Meine ich Fürs Angeln Weidenbrise Ja so siehst du auch aus Tatsächlich Es gibt hier ein Outfit Set Weidenbrise Für sämtliche Klasse Da gibt es auch nochmal 20% Rabatt drauf Für den Krieger Riese Musa Magier Ninja Und Streiter Und die Frühlingsblüten Jeweils für die weiblichen Charaktere Auch wieder 20% Rabatt Für die ganzen Weiblichen Klassen Gibt es da was Äh Ethereum Marine Kennen wir Set Klassiker Ist jetzt einfach nur Im Angebot 20% Äh Gibt es nochmal 10% Rabattgutschein Und ein 20% Rabattgutschein Auf Komfort Was haben wir da Achso Achso 10% allgemeingültigen Rabattgutschein Und 20% Rabattgutschein Auf Komfort Gegenstände Feels good Das war es Zum Perlshop Leute Und das war es Auch schon Mit dem heutigen Video Und das war es Auch schon Mit dem heutigen Video Wie gesagt Wenn es euch gefallen hat Lasst mir gerne Like Da abonniert Mein Kanal Macht auch diese Kleine Glocke an Und schaut mal Live auf Twitch Vorbei Leute Twitch TV Slash Pinky TV Ich wünsche euch Alles erdenklich Gute Wir sehen uns Im nächsten Video Macht das gut Ciao Bis zum nächsten Mal